Musik Vor etwas über einem Jahr ist in Marokko ein relativ großer Meteorit gefallen, von dem man relativ bald gewusst hat, dass er auch vom Mars kommt. Und natürlich ist so ein Objekt für viele Museen interessant und es ist uns gelungen, das größte noch als Einzelstück erhaltene Objekt hier ins Naturhistorische Museum zu bekommen. In einer exklusiven Führung erfahren die Wiener Tee-Club-Gewinner mehr, obwohl der eine oder andere schon so einiges über den Mars weiß. Er besteht aus Gestein und ist der dritte Planet, also der vierte Planet in unserem Sonnensystem. Er hat zwei Monde und ist sehr rot. Seine Färbung entsteht durch Eisenoxidstaub an seiner Oberfläche. Obwohl der Mars direkt der Nachbar der Erde ist, sind seine Meteoriten selten. Umso wertvoller sein Wert. Der Ankauf war nur durch eine Erbschaft möglich, die wir gemacht haben. Und das war eine knappe halbe Million Euro, die uns das gekostet hat, was im Vergleich mit Kunstwerken eigentlich sehr günstig ist. Meteoriten sind Botschafter unseres Sonnensystems und ermöglichen faszinierende Einblicke in dessen Frühzeit. Wir zeigen jetzt, wo Meteorite herkommen, woraus sie bestehen, wie man sie findet, wo man sie findet, was man aus ihrer Untersuchung gelernt hat, zum Beispiel über die Entstehung des Planetensystems, über die Entstehung der Erde, aber auch über die Entstehung der chemischen Elemente. Das neue Ausstellungskonzept können die Wiener Tee-Mitglieder bereits ein Monat vor Eröffnung bestaunen. Genauso wie den 900 Gramm schweren Meteoriten, genannt nach seinem Fundort. Die sind, die Besucher sind begeistert. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch mehr gelernt und es hat mir sehr gefallen. Zum Beispiel diese Gaseinschlüsse von den Mars-Meteoriten, das wusste ich nicht. Es geht jetzt nicht um alte Steine, sondern es geht um die Zukunft. Und zwar ab 14. November, da eröffnet die neue Meteoritenschau.